Hi, in dieser Session beschäftigen wir uns mit der Darstellung von Audio-Dateien in WaveLab und damit, wie man Audio wiedergibt und aufnimmt. Die Darstellung von Audio-Dateien Öffnen wir einmal eine Audio-Datei. Ich wähle sie einfach hier aus der Liste der zuletzt geöffneten Dateien aus. Eine Audio-Datei wird in WaveLab stets zweimal abgebildet. Man kann hier einstellen, wie groß jeder Bereich angezeigt wird. Für den oberen Bereich reicht üblicherweise eine sehr kleine Darstellung. Dieser Bereich dient nämlich in erster Linie zur Navigation. Bewegt man die Maus in den oberen Bereich, so bekommt man automatisch eine Lupe als Mauszeiger. Zieht man mit der Lupe einen Bereich auf, so wird der ausgewählte Ausschnitt im unteren Fenster angezeigt. Im unteren Bereich kann man die Audio-Datei dann bearbeiten. Zum Beispiel kann man etwas auswählen und mit Backspace löschen. Die Standarddarstellung von Audio-Dateien ist in allen Audio-Programmen die Wellenform, also ein Zeit-Amplitudendiagramm. Ich öffne nun einmal eine Stereo-Datei. Bei Stereo-Dateien gibt es immer eine Wellenform-Darstellung für den linken Kanal und eine für den rechten. Für Ungeübte sehen die Wellenformen etwas abstrakt aus. Wenn man aber öfters mit Audio am Computer arbeitet, lernt man die Wellenform bis zu einem gewissen Grad zu lesen. Gerade bei Sprachaufnahmen ist es kein Problem, gewisse Buchstaben zu erkennen. Optimalerweise solltest du am Anfang bewusst versuchen, die Wellenform-Anzeige lesen zu lernen. Bevor du eine Textstelle in einer Audio-Datei suchst, indem du die Aufnahme anhörst, versuche anhand der Wellenform zu erkennen, wo die Stelle sein könnte. Und wenn du etwas anhörst, lese die Wellenform mit. Wenn du erstmal mit der Wellenform vertraut bist, wirst du viel schneller arbeiten können und immer einen Überblick über deine Aufnahmen behalten. Genau das ist oft der Punkt, der einen Anfänger von einem Profi unterscheidet. Aber gut, zurück zu WaveLab. Wir haben sowohl oben als auch unten jeweils eine Zeitachse und eine Amplitudenachse. Klickt man diese mit der rechten Maustaste an, so kann man eine Einheit wählen. Für die Zeitachsen gibt es zum Beispiel Timecode, eine normale Zeitangabe in Minuten und Sekunden, Samples, eine Angabe in Takten und Schlägen oder sogar eine Angabe in Form der Dateigröße. Die Dateigröße hängt schließlich von der Länge einer Audiodatei ab. Wählt man im gleichen Menü Zeitformat, so kann man genauere Einstellungen machen. Zum Beispiel, wie viele Frames per Second der Timecode haben soll. Für die Angabe in Takten und Schlägen etwa muss man WaveLab mitteilen, wie viele Beats per Minute der Song hat und welche Taktart der Song hat. Unter Ticks stellt man ein, in wie viele Untereinheiten, sogenannte Ticks, eine Viertelnote eingeteilt werden soll. Die Angabe in der Zeitachse erfolgt in Takten, Viertelnoten und Ticks. Unter Versatz kann man einen Versatz für die Skala eingeben. Man kann sozusagen den Nullpunkt festlegen, indem man einen Versatz numerisch eingibt oder indem man einfach sagt Nullpunkt am Positionszeiger setzen. Der Positionszeiger ist diese Linie. Man kann den Positionszeiger einfach durch Klicken in die Wellenform setzen. Auch für die Amplitudenachse kann man eine Einheit wählen. Dezibel, Prozent, einen Wert von plus 1 bis minus 1 oder Spannungsstufen bei 16 bzw. 24 Bit. Man kann die Einheiten der Achsen für den oberen und den unteren Bereich unabhängig voneinander auswählen. Marker Oberhalb der Zeitachse haben wir die Markerleiste. Hier werden Marker angezeigt. Marker sind einfach Markierungen in der Audiodatei. Einen Standardmarker setzt man einfach, indem man die Positionslinie an eine bestimmte Stelle in der Audiodatei setzt und dann M drückt. Wenn man den Marker mit der rechten Maustaste anklickt, kann man ihn wieder löschen. Wir werden später noch mehr über Marker hören. Navigieren innerhalb einer Audiodatei Es gibt verschiedene Methoden, um in der Audiodatei herum zu navigieren, also um von A nach B zu kommen. Zum einen gibt es jeweils eine vertikale und eine horizontale Bildlaufleiste. Diese kann man einfach anfassen und ziehen, um zu navigieren. Alternativ kann man diese Pfeile benutzen. Zum Links und Rechts navigieren kann man auch das Scrollrad der Maus verwenden. Zoomen Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Zoomfaktor, also den Maßstab der Darstellung, zu verändern. Zum einen kann man diese Zoomräder verwenden. Einfach anfassen und ziehen. Man kann aber auch die Pfeilauf- und Pfeilab-Tasten auf der Tastatur zum Zoomen benutzen. Mit Command-Pfeilauf und Command-Pfeilab wechselt man zwischen zwei extremen Einstellungen. Bei Command-Pfeilab wird die gesamte Audiodatei dargestellt. Mit Command-Pfeilauf kommt man in die 1 zu 1 Darstellung. Hierbei entspricht immer ein Pixel einem Sample in der Audiodatei. Man kann aber auch noch weiter hineinzoomen. Eine sehr praktische Möglichkeit zu zoomen ist auch, mit der Maus in die Zeitachse zu klicken und aufwärts und abwärts zu ziehen. Wiedergabe von Audiodateien Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Audiodateien abzuspielen. Zum Beispiel kann man einfach irgendwo in die Zeitachse doppelklicken und die Audiodatei wird von diesem Zeitpunkt aus abgespielt. Oder man setzt den Positionszeiger durch Klicken in die Wellenform und klickt dann auf die Play-Schaltfläche. Alternativ zur Play-Taste kann man auch Space oder Enter auf der Tastatur drücken. Achtung, hier ist wirklich Enter am numerischen Ziffernblock gemeint und nicht die Return-Taste. Gestoppt habe ich die Wiedergabe nun immer mit der Stop-Schaltfläche. Alternativ kann man auch die Space-Taste oder die Null-Taste am numerischen Ziffernblock verwenden. Verwendet man die Null-Taste am numerischen Ziffernblock oder auch die Stop-Schaltfläche, so hat man folgende Zusatzfunktionen. Beim ersten Mal-Stop drücken bleibt der Positionszeiger an der gerade gehörten Songposition stehen. Drückt man nun noch einmal Stop, so geht die Linie auf die letzte Position, von der aus die Wiedergabe gestartet wurde. Drückt man ein weiteres Mal Stop, so geht der Positionszeiger an den Songanfang. Man kann eine Wiedergabe auch starten, indem man mit gehaltener Alt-Taste in die Wellenform klickt. Hierbei hat man den Vorteil, dass man auch nur einen der beiden Kanäle anhören kann. Je nachdem, ob man in den oberen, den mittleren oder den unteren Bereich klickt, wird nur einer der beiden Kanäle oder beide wiedergegeben. In diesem Fall hört man aber keinen Unterschied zwischen linkem und rechtem Kanal, weil der Inhalt auf beiden Seiten identisch ist. Aber man erkennt es daran, dass die rote Linie sich im Play-Modus nur auf der einen Seite bewegt. Die eben gezeigte Methode ist gut dafür geeignet, kurzfristig nur einen Kanal zu hören. Will man längere Zeit nur einen Kanal hören und die normalen Play-Funktion nutzen, so kann man auch über das Menü einen Kanal deaktivieren. Man geht dazu auf Optionen und wählt dann entweder den linken oder den rechten Kanal ab. Ein weiterer wichtiger Punkt bezüglich der Wiedergabe ist Ansicht, Bildlauf während der Wiedergabe. Hier kann man einstellen, ob und wie der Bildausschnitt der Wiedergabe folgt. Bei Wellenform steht, verlässt die Abspielpositionslinie mit der Zeit einfach den sichtbaren Bildausschnitt. Bei allen anderen Optionen bleibt die Abspielposition sichtbar. Ich zeige die unterschiedlichen Einstellungen, damit man den Unterschied sieht. grab. bei tim bei Es gibt auch eine eigene Werkzeugleiste für die sogenannten Transportfunktionen. Transportfunktionen sind immer die Funktionen, die man vom Kassettenrekorder her kennt, also Play, Stop, Vor, Zurück und Record. Genau diese Funktionen haben wir hier auch. Play und Stop haben wir bereits besprochen. Das hier ist Vor- und Zurückspulen. Man bewegt damit den Positionszeiger. Man kann hierfür aber auch die Bildauf- und Bildabtaste auf der Tastatur verwenden. Mit den Tasten Pfeil links und Pfeil recht sind kleinere Schritte möglich. Mit diesen Schaltflächen kommt man an den Song Anfang und das Song Ende. Alternativ kann man auch die Position 1 und Ende-Taste auf der Tastatur verwenden. Über die Record-Taste kommt man in einen Dialog, über den man Audio direkt in WaveLab aufnehmen kann. Hier stellt man die Samplingrate, die Bit-Tiefe und die Anzahl der Kanäle ein, die man verwenden möchte. Unter Eingang kann man einen Audio-Eingang an seinem Audio-Interface auswählen, über den man aufnehmen möchte. Das Audio-Interface muss allerdings vorher ausgewählt worden sein. Und zwar unter Optionen VST-Audio-Verbindungen. Hier scheinen alle installierten Audio-Interfaces auf. Hier unten kann man den Ein- und Ausgängen Namen geben, die in WaveLab verwendet werden sollen. Bei mir ist bereits alles richtig eingestellt. Drum zurück zum Aufnahmefenster. Mit Monitor kann man noch einstellen, ob man die Aufnahme softwareseitig abhören will. Man spricht hier allgemein von Software-Monitoring. Software-Monitoring kann mehr oder weniger latenzbehaftet sein. Hier kann man einstellen, ob eine temporäre Datei angelegt werden soll, die später abgespeichert werden kann, oder ob gleich eine bestimmte Datei mit einem bestimmten Namen in ein bestimmtes Verzeichnis geschrieben werden soll. Ich mache ersteres. Vor der Aufnahme kann man noch mit diesem Meter einpegeln, dazu muss allerdings Monitor aktiv sein. Test 12, Test 12. Okay, nun muss ich nur noch auf Aufnahme drücken. Test 12, Test 12. Das ist die eben gemachte Aufnahme. Übrigens, wie wir gesehen haben, gibt es im Aufnahmedialogfeld noch zahlreiche weitere Optionen. Wir haben leider nicht die Zeit, immer alle Optionen im Detail zu besprechen. Es gibt aber eine sehr gute Hilfe-Funktion in WaveLab. Man drückt einfach Shift F1. Klickt man nun irgendetwas an, so bekommt man sofort kontextbezogen an den Hinweis. So kann man sich quasi selbst Zusatzfunktionen beibringen, für die wir hier keine Zeit haben. Okay, das war's auch schon wieder für diese Session. Fassen wir das Wichtigste zusammen. Es gibt verschiedene Methoden, um in einer Audiodatei zu navigieren und zu zoomen. Zum Beispiel kann man zoomen, indem man in die Zeitachse klickt und nach oben oder unten zieht. Oder man kann navigieren, indem man das Scrollrad der Maus benutzt. Für Play und Stop benutzt man entweder die Space-Taste oder Enter und Null am numerischen Ziffernblock. Zweiteres hat den Vorteil, dass man durch mehrmaliges Stop-Drücken zur letzten Position, von der aus die Wiedergabe gestartet wurde, zurückspringen kann oder zum Song anfangen. Mit M kann man einen Marker setzen, also eine bestimmte zeitliche Position in der Audiodatei markieren. Mit der rechten Maustaste kann man die Einheiten für die Zeit- und Amplitudenachse ändern. Alles klar? Dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dieses Video ist Teil der Online-Tontechnik-Ausbildung bei www.sonic-vision.tv Auf unserer Website findest du all unsere Videos, auf dem aktuellsten Stand und ordentlich sortiert.